Hey, herzlich willkommen zurück hier im Markenrebell-Podcast. Mein Name ist Norman Müller und ich beantworte hier jeden Tag eine Frage zum Thema Personal Branding. Stimmt nicht ganz. Ich hatte jetzt 48 Stunden Pause, weil ich mit meiner Stimme gar nicht mehr klarkam, das war nicht mehr hörenswert. Und wenn ich hier für Qualität zu hören bin, dann kann ich euch das leider nicht antun. Sorry. Diese Filter sind einfach noch nicht erfunden, diese Stimme dann wieder gerade zu rücken. Ich habe es versucht, aber es ging nicht. Es geht jetzt ein bisschen besser und deswegen machen wir weiter. Wir verlängern natürlich die Challenge. Vielleicht mache ich es sogar noch länger. Mal gucken. Es macht mir gerade so viel Spaß, denn ihr schickt mir tatsächlich Voices via WhatsApp. Und ein kleiner Tipp an dieser Stelle. Ein kleiner Tipp an dieser Stelle. Hey, wenn ihr so ein Angebot bekommt, wie ich es für euch mache und sage, Leute, schickt mir eure Frage, schickt eine WhatsApp als Voice, dann müsst ihr das nutzen für eure Brand. Also Klartext. Und ihr könnt euch das ja anhören, was die Leute mir schicken. Ich schneide das ja hier rein. Also so, wie ich es bekomme, packe ich es auch rein. Und da weisen die Leute auf ihren Blog hin, auf ihren Podcast hin oder auf ihr Unternehmen hin, auf ihre Brand hin. Und das ist echt smart. Also zum einen beteiligen sie sich an dieser Aktion, was ich grundsätzlich schon mal mit einem großen Respekt auszeichne. Und auf der anderen Seite, packt auch eure Marke mit dazu. Also Aufmerksamkeit. Das ist das Wichtigste. Im Personal Branding ist das Wichtigste, dass wenn ihr so ein Angebot bekommt, wie ich es euch hier mache, dass ihr das unbedingt nutzen müsst, auch wenn es andere machen. Aber macht es nicht plump, sodass es ein Werbespot wird, sondern macht es einfach intelligent. Und wie ihr das macht, das machen hier die Leute bestens vor. Das bräuchte ich euch gar nicht erzählen. So auch Scharif heute hier mit einer eigenen Frage. Also nutzt das für euch, bitte. Also das kann man ja gar nicht mit ansehen sonst. Also die Bühnen, die euch geboten werden, zieht euch die geilsten Tanzschuhe an und fangt auf dem Ding an zu tanzen. Das ist wichtig. Und dafür ist dieser Podcast hier da. Deswegen seid ihr Member in dieser Community. Deswegen seid ihr meine Hörer. Und wenn ich so ein Angebot hier mache, dann bitte nutzt das auch. So, das war das. Achso, ja, für alle, die das nutzen wollen, heute das erste Mal reinhören und sagen, was für eine geile Idee, dann einfach auf markenrebell.de gehen, rechts unten diesen WhatsApp-Button entdecken, draufklicken, mir eine Voice schicken, mir eine smarte Voice schicken. Hier nochmal der Winkel mit dem Zaunpfahl. Und dann kommt er hier in die Podcast-Folge, so wie Scharif, der mir eine Frage gestellt hat. Ich finde es großartig. Vielen Dank, Scharif, dass du dich hier beteiligst. Und jetzt reden wir gar nicht lange herum. Wir lassen Scharif zu Wort kommen mit seiner Nachricht. Danach gibt es eine kleine Unterbrechung. Und dann starten wir hier sofort durch. Spannendes Thema heute. Hört genau hin. Bis gleich. Hallo nochmal hin, grüße dich. Ich möchte dir vorweg erstmal ganz, ganz herzlich für deinen Podcast danken. Ich habe ihn vor einigen Monaten entdeckt und der Inhalt ist einfach super, super wertvoll. Und ich freue mich auch tatsächlich jedes Mal wieder, wenn ich auf meinem Telefon sehe, dass es eine neue Folge gibt. Ja, weil ich dann einfach weiß, dass ich wieder ein kleines Stückchen in diesem Thema Marken, Markenaufbau weiterkomme. Kurz zu mir. Mein Name ist Scharif. Ich bin Psychologe, habe hier in München an der LMU Psychologie studiert und habe jetzt im November 2019 meinen eigenen Instagram-Kanal gegründet. Der heißt Neu.gedacht. Aber Neu wird geschrieben N-O-Y. Das ist so der Wortwitz dahinter. Du sprichst in deinem Podcast immer wieder davon, wie wichtig es ist, eine Content-Strategie zu haben. Und dazu habe ich auch eine konkrete Frage. Und zwar, wie baue ich denn am besten meine eigene Content-Strategie auf? Oder wie gehe ich am besten an dieses Thema ran? Ich würde mich wahnsinnig freuen, da von deiner Seite nochmal ein bisschen Input zu bekommen, den ich dann direkt für meinen Kanal neu gedacht anwenden kann. In dem Sinne, ich wünsche dir ein erholsames Wochenende. Liebe Grüße aus München und bis bald. Tschüss. Von und mit Markenrebell Norman Müller Ja, kurz zusammengefasst. Scharif fragt, wie baue ich am besten meine eigene Content-Strategie auf? Und als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, da musst du eigentlich eine Stunde referieren, weil das Thema ist wirklich sehr, sehr groß und vielfältig. Es ist immer ein sehr individuelles Thema, völlig klar, aber es lassen sich schon so ein paar Systeme und Mechanismen ableiten, die jeder einhalten kann. Und ich habe jetzt, und jetzt werde ich ein bisschen Gas geben, damit wir das hier wirklich kompakt hinkriegen. Wenn euch das Thema interessiert, schreibt mir am besten über die Facebook-Gruppe, also Personal Branding mit Norman Müller. Lockt euch da ein, schreibt mir das. Wenn ich merke, es gibt da einen Bedarf bei euch, dann mache ich dazu auch gern mal ein Webinar. Können wir auch gern machen. Ja, also hier ganz kurz zu dem Thema eigene Content-Strategie. Bevor du anfängst, eine eigene Content-Strategie inhaltlich, konzeptionell zu entwickeln, musst du dir bewusst machen, dass die Content-Strategie ist, der Mantel ist um deine Brand. Also die Content-Strategie ist der Mantel um deine Brand. So, jetzt lassen wir mal den Mantel weg und gehen mal rein. Stellt euch eine Zwiebel vor. Wir machen jetzt die ganzen Schalen ab. Dann kommen wir an euer Warum. Warum macht ihr das Ganze? Warum macht ihr dieses Unternehmen? Warum gebt ihr euch so viel Mühe? Warum produziert ihr Content? Und ich möchte euch einladen zu einer neuen Frage. Diese Why-Frage. Stephen Sinek hat das ja sehr ausgiebig transportiert. Diese Warum-Frage ist aus meiner Sicht eine sehr gefährliche Frage. Denn ihr fragt euch die ganze Zeit, warum soll ich Content produzieren? Ja, also das kann durchaus eine Frage sein, die soll euer Unterbewusstsein stellen. Warum ich? Warum nicht die anderen? Warum muss ich das jetzt tun? Warum muss ich so viel Content produzieren? Warum soll ich meine wertvollsten Informationen preisgeben? Und eine viel kreativere Frage ist, und das möchte ich gerne mit einem Beispiel verknüpfen. Stellt euch vor, also die Warum-Frage ist eigentlich ein Killer. Das ist eine Killer-Frage. Wenn meine Lebensgefährtin Katharina fragt, Norman, nächstes Wochenende, wir beide in New York, und ich stelle die Frage, warum, dann tötet diese Frage einfach jeden weiteren Gedanken. Ihr könnt euch vorstellen, wie Katharina sich fühlt, wenn ich warum frage. Wenn ich aber frage, warum nicht, versteht ihr? Dann macht diese Frage auf. Diese Frage ist viel, viel kreativer. Warum baue ich nicht den geilsten Podcast auf dieser Erde mit meinem Thema? Warum setze ich mir nicht das Ziel, jede Woche fünfmal on-air zu gehen? Und meine Prozesse dementsprechend zu gestalten, dass ich das zeitlich hinkriege. Die Frage, warum nicht, eröffnet euch also eine ganz andere Perspektive. Sie richtet sich weniger in die Vergangenheit, noch analysiert sie den Status Quo und vergleicht mit anderen, sondern sie eröffnet euch volles kreatives Potenzial in die Zukunft. Warum nicht? Und ich werde jetzt noch ein paar andere Sachen aufführen, die wichtig sind für eine Content-Strategie, als Vorarbeit vor allen Dingen auch. Und ihr werdet merken, dass diese Warum-nicht-Frage essentiell ist. Das nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, du musst dich mit deiner Marke, mit deiner Brand, musst du dich unterscheiden. Also ihr merkt, die Content-Strategie ist sehr nah an einer Positionierungsstrategie aufgehängt, beziehungsweise wird davon abgeleitet. Bevor ich also darüber nachdenke, was ich in meinem Content publische, was ich kreiere, muss ich mir erstmal Gedanken darüber machen, wie bin ich eigentlich positioniert. Es führt mich also zu dem Anfang meiner Brand. Und wenn dieser Anfang schon ein bisschen weiter weg ist, also eure Marke schon zehn Jahre alt ist, dann müsst ihr halt an den Anfang zurück oder an den letzten Weiterentwicklungsprozess eurer Marke und dort nachschauen und schauen, okay, was war damals in meiner Positionierung der Punkt, der mich unterscheidet. Und es gibt vier Unterscheidungskriterien, alles andere macht euch austauschbar. Entweder ihr seid die Schnellsten im Markt. Also mit deinem Produkt, mit deiner Dienstleistung bist du einfach schneller als jeder andere. Oder du unterscheidest dich ganz klar von den Mitwettbewerbern. Oder du bist so ein First Mover und sagst, hey, ich bin der Erste, der das hier jemals entwickelt hat. Das war, glaube ich, das Schwierigste. Also zum Beispiel eine Erfindung oder ein Prozess oder ein digitales Produkt, was es vorher so noch nie gab. Oder du bist einfach der Beste oder die Beste. Das sind die vier Unterscheidungsmerkmale, wenn du eine Marke aufbaust. Und du musst einen davon haben, kannst auch mehrere davon haben, aber mindestens einen davon musst du haben. Ansonsten bist du austauschbar. Ansonsten hat diese Alleinstellung einfach nur so ein Haltbarkeitsdatum. Das wollte ich sagen. Oder unterscheidet sich nur noch über einen Preis. Dann könnt ihr sagen, okay, ich habe 25.000 Mitwettbewerber. Ich kann einfach nur der Günstigste sein. Und dann ist das Sterben deiner Marke, deines Unternehmens irgendwie vorprogrammiert. Also Preisstrategie ist nie eine wirklich gute Strategie oder in den seltensten Fällen. Sondern du musst irgendwas dieser vier genannten Punkte mitbringen. Also wenn du dir jetzt diesen Unterschied vor Augen machst und sagst, okay, ich bin der erste Markt, der das entwickelt hat. Also wenn das deine Unterscheidung ist, dann lädt das natürlich deine Content-Strategie auf. Da fallen dir sofort Sachen ein, wo du sagst, okay, da könnte ich ja darüber schreiben. Also wie ist die Entwicklung im Markt? Ich kann Marktanalysen machen. Ich kann beschreiben, warum es diese Entwicklung bisher noch nicht geben konnte. Und wie du darauf gekommen bist. Also das Thema Storytelling. Also da fallen dir ganz viele verschiedene Themen dazu ein. Und mein Tipp, bau dir so ein Content-Journal. Also die Punkte, die ich gerade nenne, einfach, dass die Dinge, die dir sofort einfallen oder in der Woche einfallen, ganz egal, alle rein. Stichpunktartig erstmal in ein Content-Journal. Und dann später das Ganze ausarbeiten. Der nächste Punkt, der super wichtig für eine Content-Strategie ist, ist das Thema Perspektivwechsel. Das heißt, wir haben eigentlich immer, immer ein Problem. Wir verlieben uns wahnsinnig in unser Unternehmen, in unser Produkt, in unsere Dienstleistung, in diesem Prozess und in alles, was da mit verbunden ist. Und ihr kennt das, wenn ihr verliebt seid, dann gibt es die äußere Welt einfach nicht mehr. Es gibt nur noch Wolke sieben und alles spielt sich dort ab. Und es ist total schwer, diese Wolke zu verlassen. Und alle sagen, hey, guck doch mal dort und guck doch mal hier. Und willst du da nicht auch noch hinschauen? Und du sagst einfach, nein, ich bin verliebt, ich bin glücklich, ich schwebe, ich fliege. Und du bist auf deiner Wolke unterwegs. Und das ist ein bisschen das Problem, dass die Content-Strategien dann sehr, sehr einseitig, eher so aus der Ego-Perspektive läuft. Und da muss man aufpassen. Das heißt, wenn ich einen Podcast mache oder wenn ich einen Blog mache oder dergleichen, dann muss ich einfach schauen, bediene ich tatsächlich noch meine Interessenten oder Klienten oder Kunden? Oder erzähle ich die ganze Zeit von mir? Versuche ich die ganze Zeit durch das Herausgeben von Wissen den Leuten zu erklären, wie geil ich bin? Oder versuche ich in Kooperation zum Beispiel mit Interviewgästen ein unterhaltsames Format zu kreieren? Und dafür ist der Perspektivwechsel extrem wichtig. Deine Perspektive ist natürlich auch wichtig. Das fällt dir am leichtesten. Und was du dann noch ergänzen kannst, ist zum Beispiel dein Kunde. Oder die Frau von deinem Kunden. Oder der Mann von deinem Kunden. Verstehst du? Also ruhig ein bisschen weiterdenken. Also wie würde dein Kunde eine Frage zu deinem Fachgebiet geben? Welche Fragen hätte dein Kunde zu deinem Produkt? Was wären Themen, die deine Kunden interessieren? Und das ist immer ganz schwierig, wenn ich dann anfange, mir vorzustellen, was die Kunden wollen, anstatt sie zu fragen. Also ich lade hier wirklich jeden ein. Geht in den Dialog mit euren Kunden. Ruft die an, schickt ihnen eine E-Mail, eine Voice-Message per WhatsApp. Und fragt sie, was sie gebrauchen können. Fragt sie, was ist euer Need? Und werdet zum Wasserverkäufer in der Wüste für eure Kunden. Super wichtig. Und wenn die Kunden merken, oh wow, wir werden gefragt und die Themen sind so nah an unserem Bedarf. 100 Punkte. Das ist dann schon der Perspektivwechsel oder der Hack, den wir brauchen, um Content zu kreieren, der wertvoll ist für unsere Kunden. Eine nächste Perspektive sind auch Partner oder Investoren oder Fabrikanten, die euch vielleicht helfen, Zulieferer oder sonst irgendwas. Also versucht nicht nur eure Sicht und die Sicht der Kunden, sondern schaut auch mal, wer ist so in eurem Mikrokosmos drumherum. Nehmt eure Mitarbeiter, alles Perspektiven, alles Perspektiven, die euch helfen, die Content-Strategie in eine Breite zu geben. Sonst seid ihr immer sehr vertikal in eurer Ego-Perspektive unterwegs und wenn ihr Perspektiven zulasst und euch dafür interessiert, also wirklich interessiert, dann habt ihr die Möglichkeit, in die Breite zu gehen und dann wird eure Content-Strategie sehr inhaltlich, sehr vielfältig aufgeladen. Der nächste Punkt ist, sei unterhaltsam und wissenswert. Ich habe extra das umgedreht. Also viele sagen, okay, ich mache jetzt einen Podcast, da haue ich so viele Informationen raus, bam, 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 bam. Und oftmals, vor allen Dingen in Branchen, die eigentlich so seriös sind, Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister, was gibt es noch, lassen wir die, die glauben, die setzen sich vor die Kamera und hauen ein Ding nach dem anderen raus. Alles super wertvoll, ohne Zweifel, ohne Zweifel. Unterhaltungswert null und das geht nicht. Wir müssen unterhaltsam sein. Wir müssen entweder so eine ganz lockere Art versprühen, das kann man auch bei sehr seriösen Themen machen. Also es sei denn, du arbeitest bei der Tagesschau, dann darfst du, dann kannst du den Unterhaltungswert weglassen. Aber was will ich damit sagen? Ich höre mir einen Podcast an, der mich zum Schmunzeln bringt, der mir Einblicke gibt, der mir sagt, hey, da auf der anderen Seite sitzt ein Mensch und dieser Mensch hat auch persönliche Themen. Dem fällt die Stimme weg oder der hat Schnupfen oder den besuchten Postbote mitten in der Podcastshow oder was euch auch passiert. Ernehmt es als Geschenke. Wenn eure Kinder den Raum stürmen, indem ihr gerade einen Podcast aufnehmt, hey, lasst das drin, nicht rausschneiden. Es ist Teil aus eurem Leben und das ist, finde ich, einfach wichtig, wenn die Zuhörer von euch und Zuhörerinnen einfach miterleben können, wie cool das einfach ist, wie schön das ist und wenn die Kinder dann kommen. Also nehmt das Ganze nicht so ernst, sondern lacht auch mal. Also einfach mal so die Zähne zum Trocknen raushängen. Man hört das und man liest es auch. Man sieht es im Video auch. Je nachdem, was ihr für ein Content-Format wählt, versucht eure Content-Strategie unterhaltsam und wissenswert aufzubauen. Diese beiden Eckpfeiler müssen, wenn ihr es hinkriegt, in jeder einzelnen Episode eine Rolle spielen. Das ist wirklich wichtig. Sonst wird es langweilig und das ist natürlich schlecht. So, nächster Punkt auf meiner Liste. Flechte deine persönliche Story mit ein. Also das macht es natürlich extrem lebendig, wenn du nicht nur sagst, hey, es läuft so, so, so und so, sondern wenn du sagen kannst, hey, ich habe es wirklich erlebt. Ich gebe euch den Tipp mit, weil ich ihn so erlebt habe. Das, was ich mit euch teile, sind meine Erlebnisse, meine Erfahrungen. Das ist mein Wissen, was ich aufgebaut habe, weil ich diese Situation schon gemacht habe oder durchlebt habe. Also das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Lasst euer Persönlich, also gerade im Bauen einer Personal Brand ist das extrem wichtig, dass ihr so kleine Fragmente mit einfließen lasst. Genau, so, dann gib den Leuten die Sicherheit, dass du etwas davon verstehst. Also, Beispiel, ihr macht einen Podcast, eure erste Folge, eure erste Folge wird der Wahnsinn sein. Ja, ihr werdet natürlich aufgeregt sein und so weiter und so weiter und so weiter, aber das interessiert uns nicht, wenn wir die Angst überwinden wollen, müssen wir was tun? Wir müssen durch die Angst durchgehen. Das heißt, wir nehmen das Ding auf und sagen den Leuten, wisst ihr was, das ist meine erste Podcast-Folge, verdammt und ich bin total aufgeregt. Ja, so, und dann dürfen das die Leute auch erfahren, wie toll das gerade ist, was du da machst und welchen Mut du beweist, dass du über deinen Schatten springst. Die Leute werden dich eher bewundern als bemitleiden oder irgendwie dich auslachen. Ja, das ist nur in unseren Köpfen drin. Also geh durch die Angst durch und mach einen Podcast und erzähle den Leuten gerade in der ersten Folge, was du in deinem Leben erlebt hast und warum du eine kompetente Persönlichkeit bist, mit der man arbeitet oder der man zuhört oder hinhört. Und deswegen erzähle den Leuten, welche Erfahrungen du gemacht hast und erzähle den Leuten, warum du jetzt dieses Format gewählt hast, Podcast, Videokanal oder Blog oder auch ein Speaking auf einer Bühne. Erzähle den Leuten, damit sie dir vertrauen dürfen, nur wenn sie wissen, welche Kompetenzen, welche Reputation du hast, dann haben sie auch eine Chance, dir zu folgen und dann werden sie deinen Podcast auch hören. Eine kurze Unterbrechung an dieser Stelle in eigener Sache und ich freue mich wirklich riesig, denn ab sofort kannst du dich in die Personal Branding Masterclass einschreiben. Diese Masterclass richtet sich ganz speziell an Unternehmer und Unternehmerinnen, die sich eine Eigenmarke, also eine Personal Brand aufbauen und mit einem residualen Einkommen, viele sagen auch passiven Einkommen, ihr Business skalieren wollen. Ich habe ein 9-Wochen-Programm entwickelt. In diesen 9 Wochen gehe ich jedem einzelnen Teilnehmer einmal die Woche so richtig auf die Nerven. Das heißt, es wird Einzel-Mentorings mit mir geben. Wir werden Live-Webinare zum Thema Podcasting haben, beispielsweise. Wir werden Arbeitsunterlagen und Checklisten haben, Ratgeber als E-Books. Es wird eine VIP-Facebook-Gruppe geben. Es gibt mehrere Masterclass-Online-Meetings. Bei mir ist einfach wichtig, dass die Leute, die in der Masterclass drin sind, quasi eine Peer-Group bilden und dass ihr euch untereinander helfen könnt. Das ist extrem wichtig für uns Unternehmer, dass wir so eine Gemeinschaft haben, in der wir wachsen können. Wenn euch das Thema interessiert, geht bitte ins Internet unter markenrebell.de slash personal-branding-masterclass. Den Link findet ihr natürlich auch wie gewohnt in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und jetzt geht es weiter hier. Viel Spaß. Also ich habe hier und da mal die Folgen gemacht, wo ich darauf hingewiesen habe, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Das ist auch in der Podcast-Beschreibung drin, das ist auf der Website drin, das ist auch in Teilen zumindest, in den sozialen Netzwerken drin. Also wichtig, versucht das Ganze immer wieder mal anzuteasern und den Leuten bewusst zu machen, weil es ist ja so, dass so ein Podcast, nicht jeder hört die erste bis zur, keine Ahnung, siebenhundertsten Folge. Sondern die gibt ja auch so Quereinsteiger. Und da müssen die aber auch ab und zu mal wissen, dass ihr in diesen Bereichen tatsächlich viele Jahre gearbeitet habt, dass ihr die Kompetenzen habt. Also gebt den Leuten damit die Sicherheit. Sicherheit ist ein wichtiges Grundbedürfnis, was andere Menschen haben, um zu vertrauen. Mich würde kein Mensch anrufen, wenn ich den Leuten nicht die Sicherheit geben könnte, dass, wenn sie mit mir arbeiten, ihre Marke erfolgreich aufgebaut und vor allem nachhaltig aufgebaut wird. Dass das nicht so ein 0815-Thema am Wochenende im Workshop machen ist, sondern dass das wirklich kontinuierliches Wachstum bedeutet. Und das kannst du eben nur machen, wenn du darauf hinweist und wenn du auch in deiner Content-Strategie inhaltlich darauf eingehst. Indem du zum Beispiel sagst, hey, ich habe für ProSieben und Sat.1 gearbeitet, damals in der Fusion ProSieben und Sat.1. Und da hatte ich folgendes Erlebnis zum Thema Marke. Und dann kannst du dieses Erlebnis teilen und kannst es erzählen. Und dann ist das auch wieder Teil deines Content-Journals, wir erinnern uns am Anfang. Sodass die Vielfalt an Themen und an Erlebnissen, an Erfahrungen niemals abreißen kann. Gib den Leuten Sicherheit. Dann sei abwechslungsreich und kreativ. Wir wollen Abwechslung. Stellt euch vor, ich würde diese 30-Tage-Challenge als 365-Tage-Challenge machen. Irgendwann hättet ihr keinen Bock mehr und würdet sagen, hey, wann kriege ich mal wieder ein Interview. Das war doch ganz cool. Warum jetzt immer nur diese FAQ-Nummer? Also Interview kommt wieder. Genau. Also abwechslungsreich sein. Wir wollen Abwechslung. Auch eine der wichtigen Grundbedürfnisse. Die Abwechslung musst du auch in deiner Partnerschaft bringen. Also wenn du mit deiner Freundin oder Frau oder mit deinem Mann oder deinem Freund nicht hier und da ein paar abwechslungsreiche Erlebnisse hast, dann wird das einfach eine sehr eintönige Beziehung bis hin zum Beziehungsstillstand, bis zur Trennung. Also und kreativ sowieso. Überlegt euch, mit welchen Kooperationspartnern könnt ihr was auf die Beine stellen. Und ein Tipp an dieser Stelle von mir vielleicht noch. Kreativ bedeutet immer, wenn ich jemanden kennenlerne und das Business ist interessant, versuche ich zu überlegen, wie kann ich mit dem oder derjenigen ein Produkt entwickeln. Gemeinsam. Also da entsteht was Gemeinsames. Wir machen so einen kleinen Merch, entwickeln ein gemeinsames Produkt und testen das im Markt und gucken, was passiert. Also seid kreativ. Lasst euch was einfallen. Und fragt Menschen, fragt andere Leute. Es ist superschwer, das gilt für alle Punkte, die ich hier heute nenne, es ist superschwer, das alles mit sich selber auszumachen. Ruf deine Kunden an, ruf Partner an, ruf andere Podcaster, andere Blogger, andere, was weiß ich, YouTuber. Oder such dir einen Mentor oder so, den du ständig kontaktieren kannst. Das ist extrem wichtig, dass ihr nicht allein versucht, es irgendwie zu rocken, sondern versucht, die paar Kröten zu investieren und zu sagen, okay, ich hole mir einfach jetzt jemanden, der immer mit mir in diesen reflektiven Austausch geht. Das ist wichtig, total. So, dann habe ich mal aufgeschrieben, sei alles außergewöhnlich. Überleg dir einfach, wie du das anders machen kannst als die anderen. Und da fällt mir immer dieser Casanova ein. Also jeder versucht irgendwo so, die Frau des Herzens zu bezirzen. Und irgendwie ist es am Ende immer so, das Rote-Rosen-Nummern-Ding. Und wann wirst du mich endlich erhören? Und der Casanova bringt einfach Einspruch und sagt, hey, ich sehe in deinen Augen meine ungeborenen Kinder. Kann man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, sei alles außergewöhnlich. Außergewöhnlich, ne? Zusammenschreiben. Außergewöhnlich. Nicht außergewöhnlich. Also, nicht gewöhnlich. Wenn, ich bringe mal das Beispiel mit den Kindern, ja? Wenn die Kinder aus der Schule kommen und ich frage, hey, wie war es in der Schule? Und die Kinder sagen, gut. Verdammt gut. Das ist doch gut, das ist doch nichts. Gut ist gar nichts, ja? Stellt euch vor, eure Kinder kommen aus der Schule und ihr fragt, hey, wie war es in der Schule? Und eure Kinder sagen, es war episch, Papa. Ja, dann müsst ihr wach werden und sagen, hey, wie, was? In der Schule, es war episch? So geil? Ja, und so muss man es einfach betrachten. Standard Schema F will kein Mensch. Ist austauschbar, ist langweilig, schalte ich ab, gucke ich oder höre ich eine Folge, lese ich einmal den Text, danke. Wir wollen außergewöhnliche Dinge, wir wollen epische Dinge, wir wollen den Casanova mit seinem krassen Spruch, ja? Wir wollen Gänsehaut, wir wollen Erlebnisse. Genau, das ist mein Impuls dazu. So, also wie gesagt, ich könnte diese Liste jetzt noch ewig lang machen. All diese Themen, die ich jetzt aufgeschlüsselt habe, die erzeugen in euch Impulse und Anregungen für Content. Damit könnt ihr in die Breite oder auch in die Tiefe gehen zu verschiedenen Themen. Und darum geht es letztendlich, dass ihr erstmal diesen Content Pool habt. Und jetzt vielleicht noch ganz kurz, damit es jetzt nicht zu lang geht und ich hoffe, Sharif, ich habe dann deine Frage so einigermaßen verstanden und beantwortet. Sonst schreib mir oder schick mir noch meine Voice, dann machen wir hier noch eine Verlängerung. Zum Thema Strategie. Eine Strategie ist es nicht, einen Instagram-Account aufzumachen und zu sagen, so und jetzt bin ich Content Creator. Auf gewisse Weise schon, aber versuche ein langes Content-Format als Ursprung, als Ausgangspunkt hinzukriegen. Und versuche es auf deiner eigenen Plattform zu haben. Deine Website ist deine Plattform. Nur auf deiner Website hast du volle Kontrolle. Also wenn morgen Instagram sagt, hey, ihr bezahlt ab sofort für jeden Post Höhe 1 Euro pro Post, dann hängst du mit drin, wenn du dir so eine Community aufgebaut hast. Und du musst nochmal irgendwie von vorn anfangen über eine andere Plattform oder sowas. Also eigene Plattform, eigene Website. Das ist unser Ziel mit einem langen Content-Format. Langes Content-Format ist ein Blogartikel, ist eine Podcast-Folge, ist ein Video. So, Punkt. Und dann nehmt ihr aus einer dieser drei, ihr könnt auch alle drei machen, je nachdem wie viel Zeit ihr habt, nehmt ihr, ich mache es mal am Beispiel vom Podcast. Also ich empfehle euch sowieso allen, die ihr dazu hört, einen Podcast zu machen. Warum führe ich jetzt hier nicht weiter aus? Also Podcast, Personal Branding, also Marke groß machen. Super interessant, der Hebel. Du nimmst deine Podcast-Folge und dann entwickelst du aus dieser Podcast-Folge sogenannte Snippets, also Audioschnipsel. Maximal 60 Sekunden. Und diese Snippets, die haben natürlich einen spannenden Content. Irgendeine provokative Aussage, es könnte eine Frage sein, es könnte irgendein Golden Nucket sein, wie man so schön sagt. Und dann publischt ihr das in den sozialen Netzwerken. Instagram, Facebook, LinkedIn, Xing, TikTok und was euch sonst noch so einfällt. Und aus diesen Snippets, die kriegen natürlich einen Text und die verweisen alle auf den Hauptcontent, auf eure Podcast-Folge, die man dann in vollständiger Länge anhören kann. Auf diese Weise habt ihr Unmengen Content, den ihr publishen könnt und nicht nur den in einem Podcast, die ihr verwerten könnt, die ihr noch gestalten könnt, wenn es ein Podcast ist, mit einem Standbild, mit einem Hintergrundbild. Das kann sich verändern, das kann ein GIF sein, das kann ein Film sein. Völlig egal, ihr könnt so kreativ sein, wie ihr wollt. Aber ihr habt ein langes Content-Format und entwickelt auch daraus Snippets. Also wenn du eine Podcast-Folge die Woche hast, kannst du mit Sicherheit aus dieser Podcast-Folge, wenn sie denn so 20 Minuten lang ist, 5 Snippets machen. Das heißt, ihr könnt von Montag bis Freitag einen Post absetzen, in allen sozialen Netzwerken. Und ich rate euch, auch in sehr vielen sozialen Netzwerken einen Post abzusetzen, einfach um dieses Gesehenwerden immer wieder zu initiieren. Und versucht aber, darauf aufbauend zu sein. Also versucht zum Beispiel zu sagen, kann so ein Spiel sein, dass ihr zum Beispiel sagt, bei Instagram haue ich die Frage raus und die Antwort gibt es dann bei Facebook zum Beispiel. Also damit kann man so ein bisschen spielen. Und je mehr Podcast-Folgen ihr über die Woche in Mac macht, könnt ihr euch vorstellen, kann man sie ja super ausrechnen, umso mehr Snippets, umso mehr Content habt ihr. Diese Snippets sind Videos, sind kleine Videos. Und ihr wisst, bei Facebook und Co. werden diese Videos besonders belohnt mit Reichweite. Und dann habt ihr eine tolle Content-Strategie, wie ihr eure Podcast-Folge entsprechend promoten wollt. Aber nochmal zurück, auf eure eigene Plattform verweisen. Immer wieder darauf aufmerksam machen und sagen, markenrebell.de, besucht diese Website. Damit ihr nicht in Abhängigkeiten kommt zu diesen großen Plattformen, die ihr nicht selbst steuern könnt. Also das nochmal als eine ganz wichtige Geschichte. So, letzter Impuls von mir an euch, an dich Sharif. Halte durch, super wichtig, halte durch. Entwickelt Prozesse, die ihr managen könnt, die euch die Arbeit abnehmen, die Arbeit erleichtern, die Arbeit automatisieren. Ich bin ein großer Fan von, versucht das wirklich so effizient wie möglich zu machen, damit ihr die Lust daran nicht verliert. Und versucht euch darauf zu konzentrieren und zu sagen, ihr seid Content-Creator. Das Thema Post-Production und Co. ist alles Doing. Ja, das muss so gut wie möglich laufen oder von jemandem erledigt werden. Aber ansonsten müsst ihr euch auf die Erstellung des Contents konzentrieren. Und macht jeden Kontakt, das möchte ich euch wärmstens ans Herz legen, macht jeden Kontakt oder jeden Interessenten, der mit euch den Kontakt aufbaut, was ein geiler Satz, zu einem Erlebnis. Jeder Kontakt mit euch ist ein Erlebnis. Macht euch Gedanken, wie das passieren kann. Der Nächste, der euch schreibt, überrascht diese Person und seid alles außergewöhnlich. Schreibt irgendwas besonders Nettes, schenkt dieser Person irgendetwas. Wenn es Aufmerksamkeit ist, ein E-Book ist oder was auch immer. Ihr werdet überrascht sein, wie groß der Effekt ist, wenn ihr selbst das Erlebnis seid. Denkt mal drüber nach. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch nur das Beste. Bleibt rebellisch und bis gleich. Ciao. Bis zum nächsten Mal.